Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Die Bundesliga ist insgesamt mit gleich vier Spielern vertreten. Urheberrecht EA Sports 27. Februar 2019, 18.41 Uhr München. Wie jede Woche gibt EA Sports ein Team of the Week in FIFA 19 bekannt. Allein in der Startelf ist die Bundesliga mit drei Akteuren vertreten. Jede Woche veröffentlicht FIFA 19 Entwickler Electronic Arts eine Liste mit Spielern, die sich aufgrund überragender Leistung für das Team der Woche qualifizierten. Neben einer Stammelf finden zwölf weitere Spieler auf der Band Platz. Dieses Mal haben es drei Bundesliga-Akteure zusammen mit Lionel Messi in die Startelf geschafft. Ein weiterer nimmt auf der virtuellen Bank Platz. Sport 1 zeigt alle 23 Spieler in der Diashow. Sport 2 zeigt alle 23 Spieler in der Diashow.